Musik Habt ihr schon von dem Trottel Papageno gehört? Ja, er hat eine Intelligenz wie eine Kaffeebohne. Schaut, da kommt der Vogelfänger. Ich hab's doch gesagt, er kriegt nichts auf die Reihe. Musik Was stehst du so rum? Du behinderst mich mit meiner Arbeit. Ja, aber ich wollte dir danken. Du hast mich gerettet. Gerettet? Musik Wenn ihr wissen wollt, was beim Kindermusical der Zauberflöte noch alles passiert, dann kommt zu unserer Aufführung. Musik 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 Musik